Wow, wow, wow! Ah! Oh, du weißt schon, dass du auf der falschen Seite fährst, oder? Ja, ja, tut mir leid, ich muss mich noch daran gewöhnen, ich komme aus England und... Oh mein, du, du bist Lightning McQueen, oh, das ist toll! Unfassbar, mein erster Tag und schon treffe ich einen echten Renn-Superstar! Ich sag dir was, ähm... Äh, Philipp! Okay, Philipp, machen wir deinen Urlaub etwas sicherer und fahr mal probehalber auf der anderen Seite, was sagst du dazu? Eine private Rennstunde von Lightning McQueen? Oh, das glauben mir meine Freunde niemals! Keine Rennstunde, sondern... Lightning McQueen gibt private Rennstunden! Oh, ich will auch Mr. McQueen! Hallo, Fred? Sie erinnern sich an mich? Unglaublich, er weiß meinen Namen noch! Aber das ist echt typisch für ihn, oder? Ja, ja, er hat gerade das Leben gerettet! Naja, so würde ich das nicht sagen. Ach, echt? Hey! Was macht ihr hier? Ihr blockiert die Straße! Entschuldigung, Doc, ich... Ja, das ist der fabelhafte Hudson Hornet! Der fabelhafte Hudson Hornet! Ich bin auch der Arzt hier in der Stadt. Also beruhig dich, bevor du dir was brichst und, äh, ich dich zusammenflicken muss. Ah, das wäre klasse! Hey, was liegt an, Jungs? Gibt es vielleicht ein Rennen oder sowas? Ein Rennen? Ja, gegen Lightning McQueen und den fabelhaften Hudson Hornet! Okay, klar! Prima Idee! Oh, das kann nicht dein Ernst sein! Los, Doc, nur zum Reifenwärmen! Wir machen nicht richtig ernst! Das holen wir später! Das tut gar nicht weh! Das tut gar nicht weh! Hey, etwas mehr Respekt, bitte. Hey, etwas mehr Respekt! Pass auf! Wer ist cool? Ich bin cool! Ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool! Ich bin cool! Oh, ich hab noch viel mehr drauf! Hier ist Hook. Wie fühlt sich das an? Oh, sehr gut, Hook, danke. Gudmund war ein, ähm, äh, bemerkenswerter Gegner. Also, du kamst vor einiger Zeit hierher, hattest dich verfahren, warst allein. Sogar eine paar Kralle hattest du an. Jetzt lebst du hier und für dich läuft alles super. Lass hören, wie fühlst du dich jetzt? Ähm, alles ist toll, Hook. Oh, meine letzte Frage hat dich zum Weinen gebracht. Ich weine nicht. Klar holst du, da eine Träne. Das ist keine Träne, sondern Niederschlag. Tau. Das ist kein Tau. Glaub mir, es ist keine Träne. Sieh mich an. Seh ich etwas traurig aus? Halt drauf, das sind die Tränen eines Champions. Hallo, es ist die Zeit für die Abschlussfoto. Guido, bist du bereit? Okay, fertig? Jetzt sagt ihr schön... Und wir sagen schön, huuuhu! Huuhu! Und wir sagen schön, wie fühlst du dich? Vielen Dank.